Das ist illegal. Ich finde, das ist illegal. Oh nein. Oh oh. Also langsam reicht's. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr gegen alles kämpfen. Mimimimi. Ach komm, hau mal weg. So. Wie lustig immer so. Weiches Leder. Frisch von der Rangesau. So. Ähm, ganz kurz. Waren wir... Hier jetzt rechts. Da sind diese komischen Pilze. Da geht's nicht weiter. Sag mal, warum dreht das hier eigentlich mal um? Hä, hier sind auch wieder kaputte Pilze. Ausgehüpft, anderen Weg suchen. Ach komm, schon wieder? Ah, diese Rangesau. Oh, die nervt mich. Ne Rangesau und Hotzissel? Da müssen wir... Da muss der Turm wieder ran. Ich gehe! Ähm... Vermögen! So. Neue Stufe. Ach Gott sei Dank. Die Fra... Ja, das ist die Frage. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Können wir bei denen hier auch das Dingens wieder herstellen? Geht das? Wenn wir sagen, hier... Alte Pracht? Weil das steht für Gegenstände. Nichts passiert. Das geht eben nicht bei Pilzen. Normalerweise. Und eigentlich auch nicht bei Bäumen. Hat mich gewundert. So, da geht's auch nicht. Äh, das ist wieder so ein komischer Popel. Seufz. Was ist denn mit der Pan? Ich weiß, die wird nicht mitkommen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Lala... Äh, ich mein, was ist denn mit dem... Äh, hab ich grad Pan gesagt? Ich mein, mit dieser Kreatur. Oh! Nichts passiert. Das geht auch nicht. Können wir nix machen. Ich wollt's zumindest mal probiert haben. Wir werden sie irgendwann bestimmt holen können. Wahrscheinlich nach dem folgenden Endkampf hier nach dem Wald. Falls wir jemals hier durchkommen. In 30 Jahren. Achso, tschau. So. Natürlich, die Rangesaus schon wieder da. Äh, ha, 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 ha. Seufz. Ah, es hilft ja nix. Ja, wir leveln hier die ganze Zeit. Aber, äh, das will ich eigentlich gar nicht. Ja, wir leveln hier die ganze Zeit. Aber, äh, das will ich eigentlich gar nicht. Wir kommen nicht nach oben. Ah, okay. Das wär der andere Weg gewesen. Da ist das Sternchen. Da müssen wir langen. Ausgerechnet. Ausgerechnet. So, Spinnerte Spinnere. Ausgerechnet. Nein, aus dem Weg, 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 aus dem Weg. Kraftsamung. Schau. Mit ihrer Obelixhose, weißte. So, wir müssen ja eh hier lang. Vielleicht kann ich ja noch irgendwann mal speichern. Oh. Elfen. Nee, ach. Ach was. Sieh mal eine an. Die Kleine von vorhin. Wie geht's dir, Mädchen? Wie geht's dir, Mädchen? Ist sie uns gefolgt? Sieht aus, als wollte sie, dass wir jetzt ihr folgen. Ob sie uns vielleicht was zeigen will? Kann sein. Vielleicht hat sie ein paar meiner Feen-Kumpel gefunden, was? Apropos Feen. Sie sieht eher so aus, wie ich mir Feen vorgestellt habe. Nicht so wie du, Tröpfchen. Ach ja? Tut ihr das? Da kann man mal wieder sehen, wie viel Ahnung du hast, wa? Frechheit. So, wir folgen mal ihr. Kannst bestimmt die Hüpfpilze wieder ganz zaubern. So, warte, 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 warte. Wir folgen gleich weiter. Da, da, da. Oh. Seufz. Seufz. So. Ja, 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 ja. Ich kann diesen Bildschirm bald nicht mehr sehen. Aber ich fürchte, der wird uns noch ein bisschen begleiten. Boing, boing. Boing, boing, boing. Hier waren wir schon mal. Ja, ja, ja. Und du? Oh, da liegt ne Seite. Hey. Achso, hey, das kenn ich doch. Na klar, du Dussel. Das ist ne Seite aus dem magischen Begleiter. Hier gilt, wer es findet, darf es behalten. Das ist das Gesetz des... ...des Waldes. Du weißt schon, was ich meine. Schnapp sie dir einfach. Super. Wachstumsschub hab ich mir doch fast gedacht. Alles klar. Na gut. Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast. Wie bitte? Er meint, er könnte hel... äh, sie meint, sie könnte dir helfen, Olli. Will mit uns auf Reisen gehen, die Kleine. Aber sie ist doch noch ein Kind. Ähm, das ist viel zu gefährlich. Hä, so ein frecher... so ne freche Rackerine. Das sagt der... das sagt der Richtige, meint sie. Sag, du bist ja selber noch ein Kind. Und wo sie Recht hat, hat sie immer Recht. Das hat sie echt gesagt, aber... Keine Panik, Olli. Kreaturen wie sie sind die Geborenen und Vertrauten. Und Vertraute reisen nun mal mit Zauberern wie dir durch die Gegend, nicht wahr? Ja, das stimmt schon. Okay, du kannst mit uns kommen. Dann solltest du der Kleinen am besten mal einen Namen geben. Damit ist die Sache besiegelt und du bist offiziell ihr Herr und Meister. Ha, 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 ha! Endlich, endlich! Ähm, Sprossi? Nö. Ich wüsste da einen besseren Namen. Das geht, ne? Das geht. Kann man machen. Kann man machen. Das hat jetzt nichts mit Pandoria zu tun. Das ist einfach... hier dieser... der Typ mit der Panflöte und mit den Ziegenfüßen. Den meine ich. Das ist... Einmal nur Zufall. Bist du sicher, dass du den... Ja, nun... Ja, ja, ich denke... ich denke schon. Das geht klar. Klar, danke. Hui! So. Jetzt hast du schon drei ganze Vertraute, oder Oli? Und sieh dir die an. Die kann angriffen und so ausweichen. Ausweichen? Ist das so ein Trick? Ja, Schätze, könnte man so nennen. Es ist wie Verteidigung. Nur, dass du nicht getroffen wirst. Das einzige, worauf du achten musst, ist, dass es ziemlich fix ist. Deshalb brauchst du gutes Timing. Aber du bist ja mittlerweile richtig kampferprobt, was? Eigentlich könnte ich dir ja gleich ein anderes Kunststückchen beibringen, wo wir schon dabei sind. Dufte, was denn? Also, es ist so. Wenn du genau in dem Moment angreifst, wo dich ein Gegner angreift, dann vollführst du einen sogenannten Gegenangriff. Haben wir schon gemacht. Und wenn das klappt, dann ist dein Gegner so verdutzt, dass er einfach reglos dasteht und du so richtig loslegen kannst. Schick, was? Die kleine Angriffblase unten in der Ecke läuchtet blau auf, wenn der perfekte Zeitpunkt für einen Gegenangriff gekommen ist. Das klingt... Das klingt ein bisschen kompliziert. Aber ich tu mein bestes Tröpfchen. So, wir gucken mal ganz kurz. Halt! Wir schauen mal eben. Was können wir denn? Level 1, das wird noch ein bisschen dauern. Oh! Sehr gut! Nix. Mh... Abzeichen. Achso, nochmal 0. Okay. Jut! Angriff 11. Verteidigung 8. Flinkheit 13. Okay, okay. Frostsperr für Pan. Und ansonsten, ich guck mal ganz kurz, im Kreaturen... Pan sitzt ja auch im Kreaturenkäfig. Da müssen wir mal gucken. Äh... Auf Angriff. Oh! Alter, der Curry ist bei 43 Angriff. Der Tobi hat mehr Verteidigung. Das ist eigentlich ganz gut. Weil wir dann weniger LPs, äh... Also weniger... LPs verlieren. Äh... Weniger... Dingens Points. Lebenspunkte meine ich. Curry noch mehr Angriff oder Tobi noch mehr Angriff? Ich würde dem Tobi schon noch mehr, gerne mehr Angriff geben auch. Ich überlege gerade, oder magischen Angriff bei ihm vielleicht eher? Wenn er magischen Angriff hat, dann könnte der ja theoretisch... Dann könnte der ja theoretisch, äh... Dann könnte der ja theoretisch, äh... Seinen Wirbelschlag fetter machen, ne? Verteidigung ist bei ihm sowieso auf 38. Genauigkeit. Das gibt zwei süße Passete. Auf Flinkheit. Das kriegt Pan. Dann... Okay... Da der Tobi ja das öfteren... Der Tobi macht ja die Doppeldinger immer, ne? Also ich würde sagen, dem Tobi... Hau ich mal gegen mehrere Gegner immer ins Spiel. Der Curry ist ja bei Einzelgegner immer sehr versiert. So. Alter, wie der Tobi auch Schokolade abfährt. Das ist ja nicht mehr... Ist ja nicht mehr normal. So. Und er kriegt dann auch noch ne Schokolade? Warum nicht? Das bringt ja nicht so viel. Schade. Hätte ich mir mehr gewünscht. Okay, sie kriegt auf jeden Fall... Sie kriegt auf jeden Fall den magischen Angriff. Magischer Angriff ist schon auf 19 bei ihr. Da kriegt sie noch ein bisschen mehr. Juuu! Magischer Angriff von Pan steigt um 1 Punkt. Sehr gut! Genauigkeit brauchen wir nicht unbedingt. Flinkheit wäre eigentlich auch ganz gut. 13. Aber ich glaube, da machen wir den Rest einfach. So. Okay. Also der Tobi liebt Schokolade. Ich muss mir das mal eigentlich aufschreiben. Pass auf. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, damit ich weiß, was die am liebsten essen. Tobi ist am liebsten Schokolade. Ähm... Tobi... Tobi... Schoki... Pan ist am liebsten Törtchen. Bei Curry... Müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe noch keinen Kibbeling gefunden. Ich habe noch keinen Kibbeling gefunden hier irgendwo in der Kiste. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm... So. Auf jeden Fall... Oh, ich will langsam raus aus dem Wald. Ah, aber da sind ja... Oh... Aber wir können da mal speichern gehen. Ehrlich gesagt. Ich geh mal den langen Weg speichern. Ich hab grad gedacht, ich kann da jetzt eigentlich wieder zurück gehen. Aber ich geh mal den langen Weg zum Speichern. Hey! Ich bin's! Ich muss immer durch. Wobei! Warte mal! Wir können jetzt Pan leveln. Höh! Oh... So, leveln wir mal Paaren ein bisschen. Äh, mal gucken, ob das die Paaren jetzt. Tobi hat jetzt neue Angriffsfunktion. Na los! Nein, Mist, hat er noch erwischt. Dös-Kaffe. Ehe ne Dös-Kaffe. So, neue Stufe, Alter, die Paaren. Die Paaren zieht ab. Sehr, sehr gut. So, Curry, Stufe 11, Paaren Stufe 3, Paaren erlernte Trick, Wasserbombe, Alter, wie gut das einfach passt. Wie gut das einfach passt. So, okay, ganz kurz mal gucken, wo müssen wir langen. Nach, da, 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 Allah. So, nur mal kurz sicher gehen. Jawohl, da müssen wir langen und dann oben und da haben wir wieder ne fette Spinne. Ich würde sagen, wir machen die trotzdem platt, weil wir die XP brauchen für Paaren. Für Paaren. Wir tun es für Paaren. D, 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 d. So, alles klar. Ich würde sagen, da kommt Curry ins Spiel. So, Kraft sammeln. Und dann los. So. Lalalala. Da, 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 da. Da, dum, 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 dum. Gut, die Paaren hat es nicht so, ehrlich gesagt, nicht so aufregend gelevelt. Hätte ich mir gerade ein bisschen mehr versprochen, aber naja, dauert noch ein bisschen. Dann eben hier. Josh, gambaro. Okay, dann kommt wieder Curry zum Einsatz. Der alte Einzelkämpfer. Und erstmal abhauen. Kraft sammeln. Go. So. Easy. Lalalala. M-m-m-m-m. So, Paaren Schufe 4. Sehr gut. Die Level aber hurtig. So, Wachstumsschub haben wir noch nie gemacht. Beschleunigt das Wachstum von Pflanzen, aber verkürzt auch ihre Lebenszeit. Oh. Das ist aber nicht so gut. So. Nice. Sehr nice. Jo. Gut. Okay, jetzt nehmen wir wieder Tobi und der macht wieder ein Dual-Ding. Alter, ich lege sofort los. Warte für Pisser. Ich glaube, es hackt. Ich mache hier einen ganz fairen Kampf, weißt du? Alter. Kommt mal klar. Warte, warte. Der ist doch eh tot. Nein, nämlich den eben. Ja, Paaren Schufe 5. Sie holt langsam aber sicher auf, dass sie immer bei Stufe 1 anfangen. So, ich will doch nur speichern. Oh, ja, ja, ja. Komm. Ich will nur speichern. Ich will doch nur speichern. Zwei fette Bommler. Na, Tobi muss regeln. Hilft nix. So, warte, warte, warte. So. Das haben wir. Und dann kurz zum Speicherpunkt. Oh mein Gott. Ah, endlich. Endlich. Ja. Ja, unbedingt. Unbedingt. Durch den Gronkhain. Wie lange war man im Wald? 0.55 Uhr bis 2.28 Uhr. Also anderthalb Stunden irren wir jetzt einfach nur durch diese Map und machen die ganze Zeit nur Kämpfe. Das ist doch nicht wahr. Das ist, äh. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Ich sag schon mal, viel, viel Dank fürs Zuschauen bei Ninokuni. Ganz, ganz lieben Dank. Und, äh, grüßt mir den Zukunfts-Gronkh. Viel, viel Dank. Und gehabt euch wohl. Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Grüße, Gronkh. Tschüss.